Ritterinnen und Ritter müssen oft in brenzligen Situationen bestehen. Sowas will geübt sein und genau dafür sind Kletterwälder da. Seid ihr bereit für meine kleine Aufgabe? Einen entfernten Verwandten von einem Drachen. Die Eidechse. Meine Eidechse. Die meisten Weinberge sind auf der nördlichen Flussseite der Ahr. Aber neben leckeren Trauben und frischer Luft erwarten euch hier noch ganz andere Überraschungen. Ein riesiger alter Bunker zum Beispiel. Gar nicht weit von hier. Und der hat es in sich. Das kann ich euch versprechen. Wie viele Tage würdet ihr es in Bunker aushalten? Da kann es einem auch mit Ritterpower schon ein bisschen bange werden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.